Donnergras... Donnergrasfeuer... Donnergrasfeuer... Erde... Hä? Hab ich zu lange gewartet, oder was? Hä, wieso ist das jetzt weg, was ich davor eingegeben habe? Komm bei dich! Donnergrasfeuererde... Komm, hör auf! Ist wirklich so ein... Donner... Gras... Feuer... Erde... Wasser... Wasser... Erde... Wasser... Wasser... Donner... Feuer... Danach nur Triceratops... Ähm... Okay... Ich hab gerade so einen komischen Fehler bei meinem Scrip da hier gesehen... Kann es sein, dass ich immer auf der Brücke angegriffen werde? Sieh mir, wenn wir was sicher bekommen... Ah, wir haben Ace bekommen... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh... Ach, so hießen die ja... Schaum... 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 Schaum oder Ace... Ich hab Ace bekommen... Okay... Es ist besser... Er ist ein Bruder von Woffy... Äh, äh, äh... Ähm... Okay... Blitz... Feuer... Blitz... Blitz... Feuer... Blitz... Ich freue mich schon, wenn ich heute... Shintama wiedersehe... Dieser Anime ist einfach mal geil... Der... Der bringt einfach ein... Fettes Lächeln in mein Grinsen... Und ich weiß nicht, dass es... Animes sind einfach geiles... Was geiles... Wenn es... Wenn es nicht Animes geben würde... Glaube ich würde mein Leben so langweilig sein... Oh nein... Ich hab was Falsches gemacht... Ach, Blitz hätte ich Gras machen müssen... Und dann Erde... Tch... Ach komm... Zufallskampf... Immer auf der Brücke... Okay... Blitz... Feuer... Blitz... Feuer... Wasser... Blitz... Gras... Wasser... Blitz... Gras... Erde... Jetzt haben wir Triceratops... Damit ist mein Script zu Ende... Oh nein... Abbrechen... Tut mir leid, wenn ihr das gesehen habt... Das wollte ich nicht... Hm... Jetzt ist mal ein Fehler drin... Verdammt... Jetzt muss ich das Video löschen... Nein... Das Video bleibt drin... Fehler sind gut... Fehler machen die Videos auch lustig... Deswegen mag ich Let's Plays... Und meine... Aha... Triceratops... Okay... Damit haben wir alles erledigt... Alle Dinos geholt... Teleporter... Ja... Sehen wir uns mal unsere Kreation an... Die wir ja bekommen haben... Ähm... Wer wollte es wissen, Frau? Oh... Oh... Hehehe... What... The... Fuck... Das sind doch mal geile Dinos... Ah... Paris... Hehehe... Achso... Achso... Das sind die... Mini-King? Achso... Ah... Aber... Irgendwie... Die... Lustiger aus... Hehehe... Stärker ansehen... Das ist immer... Oh... Das sieht auch geil aus... Aber der... Sprengt irgendwie alles... Okay... Ich weiß jetzt nicht, was meine Mission nun ist... Ähm... Gehen wir mal nach Afrika... Ich möchte, dass jeder mehr... Dass jeder mehr über Dinosaurier Bescheid weiß... Okay... Was heißt es jetzt? Oh... Mein Freund ist richtig krank... Er kann sein Haus nicht mal für Kurzzeit lassen... Ich möchte ihn mal gerne... Äh... Er ist ganz verrückt nach Fossil... Aber hier in der Gegend sind es jetzt... Ein Fossil für ihn suchen? Ja... Echt? Ihr wollt mir... Äh... Das ist nett... Lass mich halt... Äh... Ammonitenfossil... Ich glaub dir das ist schwierig oder was... Wie ist der Zufall so will... Hab ich eines dabei... Äh... Will sich von der nächsten Mal... Hab ich das jetzt? Und wo ist dein kranker Freund... Ist er das? Weißt du, wo ist die schöne... Äh... Meinst du, hat er den Kometan-Zaun? Wo ist dein kranker Freund? Oder... Eine kleine Eiferserie... Ein Alpphi-Gang? Kann ich nicht überhaupt nie... Du vielleicht Opa... Eigentlich heißt sie Alphagang... Wie, was hast du gesagt, Sohn? Meine Ohren sind nicht mehr so... Oh, sprich lauter... Hast du schon mal von einem Alphi-Gang gehört? Alphi? Das Alphi-Alphabet meinst du? Natürlich kenne ich das Alphabet... Wo verhältst du mich eigentlich? Ja, komm. So ist es richtig. Zumindest macht er da ja. Denkt ihr? Falsch gedacht. Als kann sie sich in einen kostbaren Schatz verwandeln. Hm. Äh, okay. Was jetzt? Und nach jemandem aufschauen, der ein Stück Draht benötigt. Ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Wo ist ein kranker Freund, Mann? Danke, mein Papi ist wahrscheinlich in der Nähe von Dustberg auf Söniöck. Wo ist Dustberg? Ach, ich freu mich jetzt schon. Okay, aber wo ist denn kranker Freund? Ach so, ich muss erklingeln. Okay. Yay. Okay. Ich soll jetzt durch die ganze Weltgeschichte gehen und jemanden suchen, der einen Draht sucht. Ganz ehrlich, was soll das für eine Sidecrest sein? Ja, such jemanden, der einen Draht braucht auf der ganzen Welt. Hm. Genauer geht's nicht, ne? Oh. Kann ich eine Karte bekommen oder so? Neue Dinos? Ist die stärkere Alpha Gang? Hm. Eigentlich nicht, aber egal. Der hat genauso wie ich gedacht, der Wichse. So. Hehehe, ausgedrückt, Humbo. Okay, gewonnen. Okay, die Dinos sind ja etwas stärker. Aber erstmal will ich, äh, will ich mal was nachschauen. Äh, ich geh wieder da rein. Teleporter-Raum. Ich geh nach Europa. Ich will mal sehen, ob ich jetzt gegen diese roten Dinos, äh, roten Roboter knüpfen kann. Das will ich mal jetzt wissen. Was hast du mir wieder gesagt? Hast du gehört? Die Alpha Gang treibt sich in den Euro-Ebene herum. Wie furchtbar. Ja, aber fürchte, befürchte ich nicht. Wir lassen sie nicht in deine Nähe kommen. Was soll das heißen? Ob ihr mich beschützen könntet? Und du? Mimi, wo bist du? Wer ist die Mimi, nach der du suchst? Mimi ist meine Katze. In der ganzen Stadt hab ich sie gesucht. Aber sie ist weg. Sie ist bestimmt aus der Stadt geflorfen. Wird ich denn hier? Ja, wirklich, äh. Also bringst du mir, wer sie sie findet. Muschi. Muschi, Muschi. Musch, Musch. Katzenpimmel. Da haben wir es mal. Hm, okay. Ich glaube, es gibt neue Zeitquests. Von den jeweiligen Leuten. Die werde ich dann auch machen. Mann, oh Mann. Ich habe auch irgendwie Lust, die neuen Dinos zu testen. Keine Ahnung. Irgendwie interessieren sie mich dafür. Interessiere ich mich dafür. Die Kämpfe gehen zu schnell vorbei. Und du? Das ist sehr viel Schneiderarbeit. Du bist also weggelaufen. Ich wette, dein Vater macht sich Sorgen um dich. Was? Aber nein, mein Vater kam aus dem Haus. Nicht ich. Wo ist denn nun dieser Sturkopf? Hab ich nicht letztens ihn gefunden? Da ist... Musch, Musch. Ja, Mann. Ihr habt die Katze gefunden. Bist du nicht der Vater von der? Nein, ist er nicht. Okay. Ich sehe mir jetzt... Ich werde mich jetzt mal da ein bisschen umsehen. Hey, Max. Ich werde dir dafür gehen. Versteckt sich wieder hier drin. Du glaubst das auch, Mike? Ich wollte genau dasselbe sagen. Ich kann diesen Typen einfach wie ein Buch lesen. Ja, na, dann wollen wir mal sehen, was sich da drin befindet. Ja, lass uns reingehen. Was zur Hölle? Die wollen mir jetzt nicht wirklich sagen, dass ich jetzt alles normal machen soll. Ihr seid noch zu schwach. Kommt wieder, wenn ihr stärker seid. Weißt du was? Leck mich. Ach. Ja, komm. Ich bin bereit. Obwohl, ich will mich wunderbar rum. Ha, ich hab mit euch gerechnet. Und dieses Mal werde ich euch mal was zeigen, was ihr nie im Leben vergessen werdet. Oh. Oh. Äh. Okay. Das werde ich im nächsten Part machen. Also, man kann so gesagt gegen jeden wieder kämpfen. Das werde ich dann machen. Aber erst im nächsten Part. Also, bis später.